Kassbar Hauser wurde auf dem Unschlittplatz in dieser Stadt, so wie er hier steht, aufgefunden. In der rechten Hand ein Gebetbuch, hier in der linken der anonyme Brief. Er stand ausgesetzt in unserer Stadt, konnte weder gehen noch sprechen. Offensichtlich hat er noch keinen lebendigen Menschen bis dahin gesehen. Warum ist mir alles so schwer? Warum kann man das Klavier nicht spielen, so wie das Atmen? Du musst eben jetzt, in deinem Alter, alles nachholen, weil du früher nicht unter Menschen warst. Die Menschen sind mir wie die Wölfer. So kann man das nicht sagen. Darf ich Ihnen meinen jungen Schützli Kassbar vorstellen? Ist er nicht passierlich? Tja, das reinste Naturkind. Hier habe ich ihn heute Vormittag verschwinden sehen. Und die Tür war auch nicht ausgerissen. Ach, hier ist Blut. Hier auch. Kassbar! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020